Hallo, hier ist Martin von Money Mankeys, das ist die DAX Analyse für nun Mittwoch, den 15.02.2022 und unser DAX hat die Rakete, die wir hier letzte Woche schon auf die Startrampe stellen konnten, die dann von dem kleinen Jungen per Stecker ziehen, erstmal ausgebremst wurde, dann hat man die Wartungsarbeiten über den Feiertag insbesondere und nun hat es nach oben rausgezündet und unseren DAX natürlich richtig schön mal empor gehoben und ja, wir sind genau in die Zone reingelaufen, die wir hier noch sehen wollten oder die wir noch angesprochen hatten, natürlich nicht nur ganz im bulligen Sinne, warte, ich will bloß mal kurz das Ding hier ein bisschen länger machen, das kriege ich nicht, dann zieht er mich immer automatisch da drüben dran, deswegen ziehe ich es kurz hier zur Seite, also den ersten Pfeil, den hat er schon mal abgearbeitet, hat da mit seinem Trendbruch, den er hier gemacht hat, ordentlich Würze gegeben, wir hatten ja gesagt, dass er gute Karten hat, insbesondere wenn er sich auch zurückschwingt und nochmal Schwung holt, weil er dadurch natürlich Druck aufgebaut kriegt, mit einem Aufwärtsgap, mit einem Aufwärtsgap, habe ich es so gar nicht erwähnt, bleibt aber immer allgegenwärtig, ne, Aufwärtsgap und offen lassen ist immer der Killer, also das funktioniert immer so gut, hoch wie runter zu, das ist immer wieder erstaunlich, wie effizient der Markt dann entsprechend auch arbeiten kann, weil in dem Atemzug dann kein Schwein mehr irgendwie auf privater Seite long handelt, also gefühlt, ne, es ist so 95%, die buttern dann einen Short nach dem anderen dagegen und hoffen wirklich bis zur letzten Minute, dass da noch richtig was fällt, was macht der Markt natürlich bis zur letzten Minute, dann erfällt er halt nicht und tut bloß immer mal so, wie er es fällt an, hält dann aber das Niveau bis Tagesende und fällt dann meist erst am Tag danach, so, das heißt, wir haben jetzt hier auf jeden Fall Überraschungsmomentum aufgebaut bekommen und das erste Ziel erreicht und vor allen Dingen, das ist nicht ganz so unrelevant, was wir von Ziel erreicht haben, das kann nämlich auch richtig nach unten knistern, also, wir haben hier jetzt, sag ich mal, die letzten Tiefs erreicht, ne, das heißt, wenn unser DAX tatsächlich wirklich bloß hier abwärts gemacht hat, dann scharf nach oben angezogen hat, abwärts gemacht hat, scharf nach oben angezogen und jetzt dann wieder abwärts macht, würde er jetzt nochmal so eine Welle von dem gleichen Ausmaß lostreten, erinnert euch an gestern, da hatte ich euch diese drei Kästchen gezeigt, die dann entsprechend auch Platz nach unten noch hätten, wenn wir das jetzt hier nach unten projizieren, wäre das dann, ich weiß nicht, wie wir es gestern, doch, jetzt haben wir es auch hier und die 665 reingesetzt, ja, das ist durchaus eine Option, die wir haben, aber, ich muss auch ganz klar dazu sagen, das ist natürlich auch nur untradebar, wenn der Markt zur Schwäche tendiert, wenn er wirklich parakial in die Schwäche reingeht, Ziel wäre dann, ich würde so sagen, im Bereich um 11.400 halt, ne, wenn er uns hier nochmal wegkippt, bis hier ist jetzt so ein, wie soll man sagen, im Bereich, mir fällt jetzt kein passendes Wort ein, das ist eine Entscheidungszone, könnte man sagen, wir haben gestern gesagt, hier, das hier wird Entscheidungszone 500 bis 665, da muss sich der Markt zeigen, dreht er sich wieder nach unten durch oder steigt er oben durch und läutet hier eine kleine Vorjahresenträder ein letztendlich. Bewegungsspielraum hätten wir hier jetzt am Mittwoch noch, bis, ich sag mal, bis 8.50, das kann der easy aus dem Arm schütteln, also da muss er sich auch wirklich nicht doof anstellen für, da muss er einfach bloß dafür sorgen, dass die Leute hier weiter short bei Laune bleiben und dann kriegt er sich bis da oben durchgedrückt und dann sollte die Luft auch erstmal wieder ein bisschen dünner werden, ja, ähm, und er dann wahrscheinlich auch erstmal wieder gegenarbeiten. Sollte er dann gegenarbeiten, insbesondere von hier, wäre natürlich das Gap dann schon als Ziel mit zu benennen bei 2.30, ne, das heißt, wir hätten hier schon ein attraktives Schwankungsumfeld, was er einnehmen kann und, ähm, deswegen würde ich hier ein bisschen auffassen, das darf er aber auch schon ab 665, das heißt, wenn er ab Mittwoch anfängt, Trashes zu präsentieren und wir kriegen rote Stundenkerzen, vergesst mal nicht, dass wir jetzt zwei komplette Tage gestiegen sind, das heißt, der wird wahrscheinlich sich in mindestens einen, wenn nicht sogar zwei Tage, dann auch wieder für eine Korrekturzeit nehmen, ja, das heißt, ähm, dass, wenn der anfängt, wirklich sich richtig einzufallen, ähm, dass das dann auch einen Tag dauern kann, in der Regel hat er jetzt so viele Leute überrascht, dass er jetzt eben nicht schnell ausgekontert wird, normal ist das so, aber der hat die letzten Wochen schon immer mal, trotz, gucken wir, hier haben wir auch so eine Bewegung, haben wir auch Gap offen gelassen und richtig rausgestochen, nächsten Tag noch eine Spritze nach oben drüber und dann voll abverkauft, ähm, bin ich ein bisschen vorsichtig, ja, normal würde ich ganz klar sagen, der macht jetzt hier noch einen Stich nach oben, stoppt alles raus, was er zum Dienstag irgendwie hier, äh, reingelockt gekriegt hat, stoppt hier noch raus und dann läuft er den ganzen Tag einfach nur, kleckert ganz, ganz, ganz langsam und ganz flach nach unten ab und macht vielleicht dann zum Nachmittag das Gap zu, rutscht noch ein bisschen tiefer und probiert schon zum Donnerstag noch mal anzuzucken, aber das, was wir jetzt gesehen haben auf dem Montag, Dienstag, das ist ein fertiges Wochenprogramm, also, auch wenn man sich eine Wochenkerze jetzt anschaut nach aktuellem Stand, die ist ja noch nicht fertig, man sollte sie auch jetzt noch nicht bewerten, aber vom Umfang her ist das vollkommen legitim für eine ganze Bewegung, für eine ganze Woche, was er jetzt hier gemacht hat und oft ist es so, dass der DAX dann tatsächlich, ja, ja, so rumspielt mit den Leuten halt, ne, so mit dem Finger so oben drauf drückt und so edgy, edgy und da mal noch ein bisschen Geld rausquetschen, da mal drücken, da ein bisschen Geld rausquetschen, da ein bisschen Geld rausquetschen, ja, also, ich glaube, die Hauptbewegung für die Woche wird sich durchaus schon als abgelaufen sehen, dem gar nicht mehr so viel Potenzial dann einräumen, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Aussagen, aber rein, wenn ich nach Standard gehe, ist das perfekt, was er gemacht hat jetzt hier, er hat seinen Abwärtstrend ausgespielt, hat sich hochgedrückt, richtig schön hier auch von der Linie weg, hat unseren Short Trigger nicht angenommen, das heißt, es ist ein Fehlsignal auf der Unterseite entstanden, ja, wenn er einen Fehlausbruch unten gemacht hat, macht er meistens einen Fehlausbruch oben, den kann er hier an der Stelle machen, an der 850 oder an der 13350, ne, das sind jetzt die zwei Stellen, wo er dran schnuppern könnte, um hier ein entsprechendes Gegensignal zu stellen. Die Tatsache, dass ich nicht denke, dass er direkt nach unten abschmiert, ist, dass er mir durch die 500 einfach zu gerade durchgelaufen ist, das ist eine klare Bärenzone gewesen, also die Tiefs von unten hätte er ganz markant 350, 500, das ist der Bereich, wo er ganz markant hätte nach unten abdrehen sollen, oder müssen, wenn er zeigen will, hey, die Bären haben hier massiv Oberhand noch, und die treten das Ding jetzt bis, keine Ahnung, 10.500 runter, das haben wir nicht gesehen, der ist hier wirklich straight, per Aufwärtsgap einfach durchgestiegen, und von daher würde ich schon davon ausgehen, dass wir auch zum Mittwoch noch ein bisschen oben rausgucken können, ja, aber mich durchaus jetzt darauf einstellen, dass hier ab jetzt auch rote Stundenkerzen dann ein bisschen mehr Konsequenz haben werden, als sie das noch am Montag, Dienstag hatten, ja, weil die Bewegung sich dann auch erstmal wieder ein bisschen Luft verschafft, ein bisschen abkühlt einfach halt, ne, so, also 850 wäre oben noch drin, am Mittwoch, nächstgrößere Marke wird dann die 960, wir haben ja auch noch ein Gap Close bei 940, ja, 12.940, da ist noch ein offenes Gap, was er schließen kann, das hat er beim letzten Mal nicht ganz zugekriegt, 850 wäre ein Punkt, 940 wäre ein Punkt, was noch erreichbar ist, und dann sind wir auch schon wieder an 13.000 dran, ne, das heißt, wir anhalten, guter Performance, guter Lager, weiterem Hochdrücken, ich würde mich noch nicht dagegen stellen, ja, aber wenn ich Schwäche sehe, dann auch nicht anfangen, dass man jetzt gleich der Erste ist, der dann Long geht, nur weil das Ding dann halt mal gerade eine halbe Stunde gefallen ist, man hat jetzt die ganze Zeit Short gesucht, hoch zu, kaum fällt er eine halbe Stunde, und man fängt plötzlich an, Long zu suchen, dann sitzt man wahrscheinlich den ganzen Mittwoch in seinem Long und kommt dann nicht mehr raus, na, also dann da auch ein bisschen aufpassen, das, das kann ich so einfach mitgeben, oder so würde ich jetzt für den Mittwochrand gehen, dass ich sage, ähm, ja, drückt er sich oben raus, nochmal so eine Spritze, vielleicht in die 850 mit begleiten, 700 ist zwar auch oft gespielt und wichtig, aber ich glaube, das wird eher auf sowas wie 850 hinauslaufen, ähm, ja, und ansonsten sind wir Schwäche rein, lasst den ruhig zurück, auf zentrale Rücklauf wäre 230, würde mich aber überraschen, wenn das zum Mittwoch schon bringt, auch wenn es eigentlich nicht ganz überraschend ist, weil hier haben wir auch immer wieder sowas gesehen, das ist ein bisschen verabhängig von der Dynamik, ne, wenn der, wenn der früh richtig Druck schon reinbringt, 9 Uhr, und der macht wirklich Stress auf der Bude hier, also dann halte ich auch nur 230 für realistisch, aber wir würden einfach mal gucken, wie kommt der rein, wie kommen die ersten zwei Stunden rein, ne, da kann man schon viel ableiten, wir haben auch am Montag früh, das erste Update haben wir auch rausgeschickt und gesagt, also, so wie ihr jetzt da steht, über 12.000 halt Long, ne, über 12.000, kann der steigen bis 12.190, bis, was hat man noch, 12.50, ähm, und, und, buff, halt, ne, voll durchgelaufen das Ding, und jetzt hier letztendlich auch, ne, 6.65 haben wir heute angepeilt, das war das dritte Ziel, haben wir auch am Morgen schon geschrieben, ne, wenn er weiter oben durchdrückt, dann die 500 als nächstes, 4.80, 500, und wenn die nach oben durchdrückt, dann die 6.65, also, von daher, er läuft eigentlich schön, ne, er läuft schön auf einer Bahn, auch wenn es 100% viele nicht gandelt haben, das heißt, wer von euch hier in der Bewegung nicht dabei war, auch nicht zu schlecht fühlen, nicht zu viele Selbstverwürfe machen, die Bewegung wäre nicht so gekommen, wenn alle Long drinnen gesessen haben, da werden ganz viele über den Feiertag gesagt haben, ich mach nix, ich guck nix, ähm, ich, ich, ich lass das mal machen, oder muss da nicht drinnen rumfuchteln, und, boof, dann entsteht solche Bewegung, wenn nicht viele dabei sind, und nur ganz wenige, und eher die Leute auf der Longseite sind, dann kann er immer so schön rennen halt, ne, das kriegt er nicht hin, wenn die meisten da mit drinnen sitzen, und das erwarten, und in der Position reinfließen, das ist ganz, 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 ganz oft zu sehen, gut, okay, also, ja, kann man nur sagen, viel Erfolg, gutes Gelingen zum Mittwoch, passt ein bisschen auf, guckt dabei stark, ob er schwach ist, das hilft schon mal viel, ja, um so ein bisschen einordnen zu können, ähm, auf welcher Seite man sich, vermuten soll, aber, habt auch ein bisschen im Hinterkopf, dass der Wochenbewegung eigentlich torsch ist, da kann auch viel Schmutz jetzt einfach kommen, ne, also so Geschiebe und Gedrücke, und langsames Abgeklecker und sowas, auch bis zum Tagesende, das würde hier fast, fast schon ganz gut reinpassen, auch wenn es, wenn ich es eher flach erwarten würde, ja, gar nicht so dynamisch, wie, wie das jetzt zum Beispiel hier der Fall war, gut, kommt es dynamisch, habt aber im Hintergrund unser grünes Kästchen, was dann eben bis, f hier sogar platzen kann, ja, aber nur, wenn wirklich rote Dynamik zu sehen ist, ich wünsche euch was, bis morgen, tschüss.